So, weiter geht's mit der Windfahrt. Let's do this. Die Fischer kämpfen. Wir brauchen bald Munition, würde ich mal fast behaupten. Einsatz. Einmal hier mal ein bisschen Tarnung, Waffenschmuggler, Kalina, Ivan, Am I healing? Ich schiebe von allen. Das wird ihnen überraschieren. Wenn ich klein bin, ich schiebe von allen. Ich schiebe von allen. Inaktion. Da machst du schon mal nix falsch, ne? Ich schiebe von allen. Ich schiebe von allen. Ich schiebe von allen. Ich schiebe von allen. Welle Strecke, der weiß ja auch noch nie was los, das ist ja. Warten wir mal. Wir haben so'n 2. So, komm mal ran. Was ist denn? Ein Scharschütze. Boing. Mehr Gratis-Bewegung. Ja, komm. Hat der denn ne Pumpe? Er hat ne Pumpe. Oh, gib ihm den Rest. Schön. Aber? Easy. So, das war schon mal der Hafen. Ja, machen wir mal. Peri Ungar. Und ich bin ein Ungar. Na, hier oben gibt es nichts. Der hat da auch nichts. Dann gehen wir wieder hier runter. Ja, Doppelschrot. Brauch ich nicht. Ähm. Gibt es denn hier ein M14? Was ist denn jetzt ein M14? Das ist ein Stummgewehr, ne? Das ist ein Kommando. Ja, okay. Haben wir schon. MP40 braucht auch kein Mensch. Also nicht mehr, das war ja mal anders gewesen. Das ist ein Altmetall. Ja. Ist auch nix. Top. Wunderbar. Also wir haben jetzt hier einen zweiten Hafen. Dann können wir von hier aus dann auch mal zum Beispiel hier hinfahren und dahin laufen. Dann brauchen wir nämlich die ganze Zeit dahin latschen. Wir müssen aber trotzdem dann hier, damit wir das hier nur einnehmen. Aber wir holen uns jetzt die Diamantenmine. Damit wir unsere Soldatengruppe noch ein bisschen vergrößern können. Oh. Die Entführungsqualität, die wird auch besser. Nein. Ähm. Gehen wir eben mal hier zu der Wire. Dann müsste ja die, das ist ja mal schnell, die Kirche ja sein. Okay. Gegen die möchte ich jetzt dann doch nicht kämpfen. Wenn sie da so alleine ist. Ähm. H9, das ist H9, ne? Jemand im Sektor, Flohmarkt von Flietern. Sucht nach einem verschwundenen. Oh. Blaubeertscher. Ein Seasonplay. Ja ja. Und ich werde sie kaufen. Und ich werde dir die Kugel kaufen. Ja. Hat die hier keine. Die hat doch hier Diamanten. Okay. Ja. Ja. Jep 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 Latsch mal dahin bitte Wir suchen noch Smile Der ist hier drin Diamanten Die Preise könnten, wir kaufen einen Diamanten, wir verkaufen Wow Hat er jetzt hier alle vertickt? Sie? Walking in Peace Das geile ist, er steht da im Raum und man sagt mir Nö Äh, sehen wir nicht So, starten Auf geht's Diamond Red Da ist eine hohe Position Hier Hinterhalt Da oben Da oben sind die Feinde Versteckte Sprengkörper Küstenpatrouille Hinterhalt Angriffsboote Ah Wir müssten quasi hier oben hin, ne? Zuerst Zuerst Warte, der Rest bleibt hier, mit'n, mit'n Heiler, hier Ja 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 Nichtsahnend Kommen wir da lang? Ne Ähm Quietly? Like this? Wir müssen doch ein bisschen anders laufen Ja Ja Na 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 Bock dich mal hin Ja guck Ist das schon mal Ruhe hier? Da haben wir noch einen Aber den da hinten Ich weiß nicht ob wir das dann Oh Alles klar Die Frage ist Da hat er so zwei Was? Was? Playing it smooth. Keeping it on the down low. Going. Still undetected. Playing it smooth. Good thing I brought my sneaks. Yes? Der hat leider auch nur noch 3 Schuss, ne? Da haben wir das Problem wieder mit dem Munitionsmangel. Wir machen mal einmal kurz mal ein Save. Nur mal, äh... Forza Cyber. Das ist das. Dia 3. Schauen wir mal, ob wir den Dude da oben... Ich weiß nicht, wie stark der ist. Okay. 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 Okay, ist jetzt entdeckt, er geht schon mal raus. Die wissen doch nichts von ihrem Glück. Nein. Ja, das wird nix. Wir warten bis die rumkommen und dann wird es glaube ich jetzt so langsam interessant. Ich gehe jetzt in der Schmennung. Ich bin der Schmennung. Ich bin der Schmennung. Ich bin der Schmennung. Es ist ein Zivilist. Die kriegen da hinten immer noch nix mit. Okay. So. Oh, Baby. So. Mit der Zeit, dass wir dann hier Richtung Dingens, ihn da oben da mal ein bisschen auf die Füße treten. Aber da scheint die ja hier wirklich noch so gar nicht zu interessieren, was da hinten los ist. Äh, fallen lassen. So. 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 Das sieht ganz gut aus, ne? So. So. Ich habe jetzt einen MG, das ist natürlich jetzt mies. Er kann ihn mehr werfen. Er kann auch nix mehr machen. So. 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 Ui, das war wie ein Orkan. Ähm... Dübel mal weg, bitte. Ja, passiert. Alles gut, alles gut, wir machen das schon. Sehr gut! So. Einmal hinlegen, bewegt sich dann darüber. Schaut das aus, kriegen wir es mit dem Raketenwerfer geregelt? Das hier oben rein dübeln? Alles gut. Gut, dafür haben wir auch Geschütz weg. Das hier oben rein? Ich bin mit dem Raketenwerfer. Du fühlst mich? Ich bin mit dem Raketenwerfer. Ich bin mit dem Raketenwerfer. Jetzt müssen wir rennen. Ich bin mit dem Raketenwerfer. Ich bin mit dem Raketenwerfer. Ich bin mit dem Raketenwerfer. Nachlagen ist okay. Wen zieht er denn? ähm, die... Ich bin mit dem Raketenwerfer. 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 Macht er hier nur Überwachung gerade? Das sieht fast so aus. Ich habe keinen Jetzt werden wir dann den Raketenwerfer irgendwo wiederholen. Also den wir diesen Gartenwerfer. Ich gehe mal an. sehr gut da kann er ihn nicht sehen da kommen wir aber auch wieder nicht hin nur jetzt warten was er jetzt gleich macht ja kongora nix tun Kann ja nicht mehr so viel haben, oder? Ja, kann immer mal passieren. Hinlegen, dann werden wir glaube ich nicht gesehen. Musst du wieder überwachen? Nein. Ja. Ich habe einen schönen Schlag von dir. Man muss das ever Du musst ihn mal eben ein bisschen heilen. Schieß nochmal auf den Kopf bitte. Aber erst hier alle Unschuldigen töten, oder was? Brauchen wir mal die Munition. Das kann ich nicht beim... nicht was? Werden ja noch Gegner, oder was? Überlebende fünf Bergleute. TNT. Ja, dann Heckma. Mit Precision. Okay. Kann der Eis dann mitnehmen? Das haben wir hier noch. Schrott. Dann haben wir schon wieder die... Dann haben wir schon wieder eine Mine mehr. Nur... Irgendwer sieht uns? Aber ich meine, hier oben war noch was. Die haben nichts mitbekommen. Die haben nichts mitbekommen. Tag mal nicht. Wir tun es! In stealth mode. Ich bin nicht überlebt. Ach. Ach. Alle. Sie sind nicht wieder, die Künstler zu verraten. Ich... Ich... Nein, ich... Ich... Ich, ich, ich... Ich... Ich, 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 ich... Okay. So, haben wir es gleich. Und du bist weg. Sehr schön. Jetzt flippt er aus. Oh mein Gott! Ja. Also mit Scharfschützen ist das Spiel auch relativ einfach, ne? Also, wenn er da... So. Oh Gott. Revolver, wer braucht denn das denn? Gefangene Marquis. Oh. Der denn da dran? Dann schall einfach? Kurzlauf. Aber brauchen wir nicht. Nehmen wir den Schrott. Und... We move with certainty. Are you friends of Larry? Of course you are friends of Larry Rochefett, the relentless one. He must have sent you here to rescue us. With a leader like that, the revolution shall prevail. That is what we call him. Because he never yielded. You resisted both the interrogations and the intention. Telling him not to be very dead about big elephants. Larry Rochefett, der Name, der sagt mir was. The revolution must be as strong as Larry Rochefett. On my way. Okay. Dann haben wir das da jetzt auch. MD present. Dann sind hier erstmal alle glücklich. Nun, AK, haben wir schon. Mal eben mal kurz hier gucken, was hier so rumfliegt. 7 Stück MG42, Schrott. AK, das ist eine gute AK, aber... Brauchen wir auch nicht. Da ist noch ein bisschen Sprengstoff. Leuchtet grün. So, jetzt wollen wir mal mit dem Typen da noch quatschen. Den... Den... Den ollen Duter. Das hat Ellen ja noch. Hier sind noch Bauteile. Hier haben wir auch noch Bauteile. Da können wir noch untersuchen. Hier hat die neueste Ausgabe von Fernbeziehung, Verwendung, Toilettenpapier freigelegt. Okay. Charakter zu weit weg. So. Dann, so. Dann ist noch die Bauteile mit. Ja, soviel zum Hinterhalten. Das brauchen wir ja gar nicht machen. So. Mal luki luki machen, was wir mit dem Typen jetzt denn machen. Diese Leute wird es unnötig viel besser gehen. Nein. 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 Sie werden nicht. Sie werden sie bezahlen, um sie zu arbeiten und geben ihnen uniformen. Aber sie werden schlacken, schlacken und schlacken von dir. Sie brauchen jemanden wie mir in charge. Nein. 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 Eramatische Klänge. Ja, ich habe hier, glaube ich, das ein bisschen weggesprengt. Wer inspiriert? Erstmal Kampf negativen Effekt. Moral. Ja, er braucht hier das, ne? Der braucht noch Weisheit. Schock und Ehrfurcht. Ich muss unbedingt halt die Leute hier noch trainieren, damit die noch mal ein bisschen besser werden. Gut. Da haben wir die Mine. Sehr gut. 3000 plus. Gibt es hier eine E-Mail? Newsletter. Ach, wie eine Newsletter. Hallo alle miteinander, hier kommt eure nächste Dosis Wahrheit mit den Nachrichten von Carrie. Carrie? Pantherwell, vorher ist von der Legion befreit. Marquis Gefangener. Nachdenkliche Berichte über die Gefangennahme. Okay. Das wird uns wahrscheinlich noch helfen, dass wir die befreit haben. Denke ich. So. Gucken wir mal, wo wir dann danach noch mal hinlaufen. Und das ist sie. Vielen Dank.